Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Schrägstrich auf meinem YouTube-Kanal. Auch diese Woche am Mittwoch wollen wir wieder über Literatur reden. Und bei dieser Literatur bin ich mal wieder froh, dass ich nicht alleine bin. Hallo lieber Michael, schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt. Wie geht es dir? Ja, bei der Begrüßung immer wunderbar natürlich. Vielen Dank. Ich hoffe, dir geht es auch soweit gut. Sehr gut. Trotzdem wir wieder ein Limi haben mit sehr schwerer juristischer Kost. Ich gebe es zu. Bevor wir gleich in Medias Res gehen, würde ich erstmal wieder den normalen Disclaimer, den wir immer haben, sagen. Nämlich, dass wir ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen haben. Dass es keinerlei Einwirkung seitens des Autoren oder des Verlages gab oder sonstigen Dritten. Wir auch keine Rabattcodes, keine Gewinnspieler, kein gar nichts haben. Wir wollen nichts verkaufen, sondern nur die Informationen an den Mann oder die Frau bringen. Genau. Und ich schalte hier mal um auf meinen Bildschirm, auf die Webseite. Und ich sage es direkt, die Webseite ist jetzt nicht so übermäßig erquicken. Man wird auch gleich so ein bisschen verstehen, warum, wieso, weshalb. Es geht hier über folgendes Werk, nämlich die datenschutzrechtliche Einwilligung nach der Datenschutzgrundverordnung. Autor dieses Werkes ist Bern Liedtke Deutscher. Das Werk hat stolze 548 Seiten, ist hier im OLWIR, Oldenburger Verlag für Wirtschaft, Informatik und Recht erschienen. In einer eigenen Serie, dort als Band 56. Es kostet 79,80 Euro. Man sollte nicht unbedingt erwarten, dass es dieses Buch irgendwie in der normalen Buchhandlung gibt. Nämlich dieses Buch, dieses Werk ist eine veröffentlichte, niedergeschriebene Dissertation, eine Promotion. Also damit hat jemand seinen Doktortitel gemacht, nämlich Bernd Liedtke Deutscher. Und der Doktorvater selber ist kein ganz Unbekannter, nämlich der Professor Täger. Und er hat sich hier mit seiner Doktorarbeit, wenn man so will, eigentlich nur um einen einzigen Artikel der DSGVO gekümmert und alles, was dazu gehört. Und da kannst du als Jurist uns jetzt viel mehr dazu sagen, als ich das so als Datenschutz-Freizeithobby ist, das machen könnte. Leg los. Ja, es sind natürlich ein bisschen mehr als ein Artikel, aber es ist ein kleiner Aspekt sozusagen des Datenschutzrechts, nämlich eine der möglichen Rechtsgrundlagen, die Einwilligung, die hier unter die Lupe genommen wurde auf, wie du schon gesagt hast, schlanken über 500 Seiten. Um es mal zusammenzufassen, wer also irgendeine Frage zu irgendeinem, wie auch immer gearteten kleinen Teilaspekt rund um die Einwilligung hat, der wird wahrscheinlich hier entweder komplett eine Antwort darauf finden oder zumindest einen ganzen Zoo an jeweils weiterführenden Literaturhinweisen, Gerichtsentscheidungen etc. Das ist natürlich, also das Ding ist eine Doktorarbeit. Ja, das heißt, es ist auch layoutet als solche. Ich kann es ja mal in die Kamera halten, das ist so ein Wälzer. Und wir sehen quasi, naja, ein Layout auf über 500 Seiten, im Wesentlichen Fließtext. Da gibt es keine Checklisten, da gibt es keine Abbildungen, da gibt es keine Einrückungen mit Praxistipps oder sonstigen Dingen. Das Ganze, wer schon mal eine Hausarbeit zum Beispiel geschrieben hat oder eben eine Doktorarbeit, der weiß, das Ganze ist recht nüchtern und praktikabel gelayoutet sozusagen, das was Word halt so hergibt und gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis, was das angeht. Muss es aber auch nicht. Das ist und bleibt letztlich ein Fachbuch. Inhaltlich ist es, so wie ich das sehe, das umfangreichste, was ich zum Thema Einwilligung bisher kenne und beschäftigt sich wirklich mit allem, was man auch nur erdenklicherweise rund um die Einwilligung fragen und sich überlegen kann. Ja, und kommt dann eben, stellt ein paar Thesen auf und kommt dann zu einem entsprechenden Fazit am Ende, wie das eben so bei Doktorarbeiten ist. Das heißt nicht, wie das bei allen juristischen und vor allen Dingen datenschutzrechtlichen Fragestellungen so ist, dass man immer mit jedem einzelnen Schluss, mit jeder einzelnen Ansicht, die der Autor hier vertritt, immer einer Meinung sein muss. Das heißt aber, dass ich in diesem Werk alle Dinge, die quasi rund, ich überspitze das jetzt, alle Dinge, die rund um das Thema Einwilligung jemals geschrieben und entschieden worden sind, einfach findet. Und man setzt sich, man kann sich dann mithilfe des Autoren und seiner Ausführungen mit diesem Einzelaspekt rund um das Thema Einwilligung auseinandersetzen und hat dann ja anhand der weiterführenden Literatur und Themen und Gerichtsentscheidungsfundstellen die Möglichkeit, sich dann ein eigenes Bild zu machen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu einer anderen Auffassung zu gelangen, als die der Autor vertritt. Das ist dann natürlich so, das ist in ganz vielen Fällen so, gerade im Datenschutzrecht. Was das Buch aber liefert, sind A, Argumentationshilfen und B, eben wie gesagt, eine wirklich umfassende Litanei von ergänzenden Fachliteraturen, Aufsätzen, Büchern etc., Gerichtsentscheidungen natürlich, dadurch, dass das Ding auch noch relativ neu ist, jetzt Ende 2023, Anfang 2024 erschienen, hat das Ding natürlich auch diverse EuGH-Urteile mit dabei und sonstige Gerichtsentscheidungen rund um das Thema. Das heißt, es ist aktuell, stand jetzt aktuell und sehr erschöpfend behandelt. Wer also sich häufig mit dem Problem, in Anführungsstrichen, auseinandersetzen muss, dass er eben eine Einwilligung managen muss, weil das seine einzige Rechtsgrundlage ist, Stichwort Werbeversand per E-Mail, Stichwort Einbindung von Fotos von Mitarbeitern auf der Webseite oder ähnliches, ist, der wird sich in der Praxis häufig mit diversen Problemstellungen auseinandersetzen müssen und der findet hier die entsprechenden Anhaltspunkte, wenn nicht gar sogar Lösungen bei diesem Werk. Das heißt nicht, dass jeder DSB jetzt dieses Werk kaufen muss. Das bereichert den eigenen Literaturfundus, wie ich finde, aber es muss jetzt nicht zwingend jeder DSB das unbedingt kaufen. Aber diejenigen, die sagen, ich habe dummerweise bei mir in der Praxis wirklich damit zu tun, dass ich sehr häufig die Einwilligung als Rechtsgrundlage heranziehen muss, weil ich nichts anderes habe, außer die Einwilligung und ich habe dann die ein oder andere Fragestellung in der Praxis zu bewältigen, für den ist das Werk ein sehr guter Wissensfundus, muss man einfach so sagen. Gut, also ich will mal ganz kurz nochmal so ganz kurz, wir machen hier keine Datenschutz-Grundverordnungsvorlesung, mal so ganz, ganz, ganz kurz so the bigger picture kurz nochmal drauf eingehen. Also, damit jeder sich für sich selber so ein bisschen die Frage beantworten kann, ist dieses Werk sinnvoll oder nicht sinnvoll für mich? Also, wenn man im Rahmen der DSGVO sagt ganz klar, wenn man personenbezogene Daten verarbeiten möchte, dann braucht man dafür eine Rechtsgrundlage. Haben wir schon immer so gemacht, ist keine Rechtsgrundlage. Was gibt es für Rechtsgrundlagen? Naja, es gibt das Vertrag, es gibt Gesetze, wo es einfach schlicht und ergreifend geregelt ist, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden. Es gibt die sogenannten berechtigten Interessen und last but not least, es gibt das Konstrukt der Einwilligung. Also, ich sage dir, du darfst meine personenbezogenen Daten verarbeiten, dann darf der andere das natürlich. Da sind aber ein ganzer Rattenschwanz an Bedingungen dran gekämpft, gekettet an dieses Thema rund um die Einwilligung. So, wenn wir jetzt die DSGVO mit ihren 99 Artikel vornehmen und wir nehmen uns jetzt einen ganz normalen Kommentar als juristisches Werk, dann wird jedes dieser 99 Artikel wird in dem Kommentar breit und schon relativ breit erläutert. Und dann spielt natürlich die Rechtsgrundlage einen relativ großen Raum, weil dazu gibt es eben einen eigenen Artikel. Und innerhalb dieses einen Artikels spielt dann die Einwilligung auch nochmal eine Rolle. Das heißt, in so einem normalen Kommentar würde ich mal sagen, würde ich jetzt mal schätzen, der vielleicht 1500 Seiten hat, wird vielleicht auf 40, 50, 60, 80 Seiten über das Thema Einwilligung gesprochen. Hier wird auf 500 Seiten über das Thema Einwilligung gesprochen. Also nochmal deutlich, deutlich mehr. Und das macht wahrscheinlich schon klar, dass der normale DSB, der kein Jurist ist, mit diesem Werk vermutlich nicht so wahnsinnig viel im Alltag anfangen kann. Der Jurist, der berät zu diesem Themenkomplex und der vielleicht regelmäßig Mandanten hat, die sagen, also da gibt es keine Rechtsgrundlage für, berechtigtes Interesse kann ich auch nicht mitarbeiten. Ich muss mit der Einwilligung arbeiten. Du, lieber Jurist, kannst du mich zum Thema Einwilligung so tief beraten, dass ich nie wieder Fragen dazu habe? Der kann wahrscheinlich mit dieser Doktorarbeit was anfangen. Und andere sind wahrscheinlich eher raus aus dem Thema. Habe ich das so grob umrissen? Weil ich habe es ja nicht vor mir liegen. Ja, grundsätzlich schon. Ich würde es aber tatsächlich auch ein bisschen erweitern. Also ich glaube wirklich, wie ich es gesagt habe, der ein oder andere, der vielleicht in einem Unternehmen sitzt und sagt, wir haben wirklich sehr häufig die Konstellation, dass wir die Einwilligung als Rechtsgrundlage heranziehen müssen, weil wir schlichtweg eben keine andere Wahl haben. Ob das dann immer so richtig ist oder nicht, das sei dahingestellt. Aber manche arbeiten sehr viel mit Einwilligungen. Und dann bleibt es nicht aus, dass ich mit ganz vielen Detailfragen konfrontiert werde, früher oder später, die ich dann vielleicht auch mal klären will und zumindest nachlesen will, welche Positionen es da gibt, etc. Und dafür ist dieses Werk, wie ich finde, hervorragend. Ich finde es auch für den Umfang und für das, was drinsteckt, nicht zu teuer, wie ich bin. Das auf jeden Fall nicht. Das ist ein Schnapperpreis im Grunde genommen dafür. Ja, definitiv. Und ich meine, wie gesagt, es behandelt nur den einen Aspekt, aber den dafür sehr ausführlich. Jetzt kann man sagen, allein der Umfang macht es natürlich nicht. Da muss natürlich auch schon ein bisschen juristischer Gehalt drin stärken. Das tut es hier aber auch. Insofern finde ich schon für die entsprechende Zielgruppe, die sich dafür interessiert, Schrägstrich interessieren muss, für die ist dieses Werk schon empfehlenswert, würde ich sagen. Und zwar nicht anstelle eines Kommentars, der noch viel, viel, viel mehr von der DSGVO in den Blick nimmt, sondern vielleicht ergänzend zu einem Kommentar, weil sich natürlich rund um die Einwilligung wirklich einiges rankt. Du hast es schon gesagt, es hat zum Teil sehr hohe Voraussetzungen. Also es ist in der Praxis gar nicht so wahnsinnig banal, eine korrekte Einwilligung einzuholen. Dann kann die dummerweise ja auch noch widerrufen werden. Dann gibt es noch sowas wie Koppelungsverbot und Einwilligung durch Minderjährige und so weiter und so fort. Also viele, viele schöne Problemstellungen, mit denen man sich einfach auseinandersetzen sollte und muss, wenn man denn in der entsprechenden Lage ist. Also klar, Juristen, die zum Datenschutz beraten, für die ist das ein super Werk, wie ich finde. Und eben auch diejenigen, die sagen, ja, wir haben bei mir im Unternehmen, im Verein zum Beispiel ganz viel mit Einwilligung zu tun. Und deswegen will ich mir das auch sehr, sehr genau angucken, das Thema, um da entsprechend keine Fehler zu machen oder um da das Ganze zu durchdringen. Okidoki. Gut. Dann hätten wir das, glaube ich, hier an der Stelle geklärt. Wir können leider zu dem Werk ansonsten nicht viel mehr sagen. Wir können keine Leseprobe anbieten. Das gibt es hier zu diesem Werk nicht. Auf der einen Seite schade. Ich kritisiere sowas ja auch gerne. Es gibt auch kein E-Book dazu. Aber wenn man ganz ehrlich ist, die Zielgruppe bei so einem Werk ist wahrscheinlich ohnehin schon so spitz auf Knopf, dass es das hier an der Stelle auch ausnahmsweise mal nicht benötigt. Wer das Buch haben will, muss es sich halt bestellen. Ich bin mir nicht sicher, ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht tausendfach irgendwo schon vorgedruckt liegt, sondern dass das möglicherweise auch erst dann gedruckt wird, wenn es jemand bestellt wird. Bin ich mir nicht sicher, wie das hier der Verlag handhabt. Aber wer sich für dieses Buch interessiert, 80 Euro ist sicherlich für ein derartiges Werk nicht zu viel Geld. Der Autor wird wahrscheinlich auch nicht wirklich reich davon werden, dass er dieses Werk verkauft. Also von daher, wer sich für das Werk interessiert, soll es sich einfach bestellen und wird dann vermutlich auch glücklich werden damit, weil jemand, der sich mit dem Thema nur ein bisschen auskennt, weiß, was ihn in einem derartigen 550-Starken-Werk zum Thema datenschutzrichtliche Einwilligung denn erwartet. Und das, was man erwarten kann, wird auch geliefert. In diesem Sinne, Entschuldigung, ich bin schon wieder am rumhusteln. In diesem Sinne, vielen Dank bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann seid doch bitte so nett, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Solltet ihr noch Fragen haben, Anmerkungen haben, Hinweise haben, schreibt sie bitte in die Kommentare. Wir freuen uns riesig darüber und dann verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.